recht herzlich willkommen zur 157 folge von towns hier habe ich letztens kontrolle der aufnahme gesehen dass wir hier eine wunderbare kerze reingebaut haben sieht gut aus in der mauer aber naja das können wir aber definitiv dann so gestalten dass wir die da einstellen oder so und dann schauen wir weiter läuft gut und einer die kerze dann auch aus dass die nächste frage ich weiß auch nicht ob ich jetzt hier auch kerzen gebaut habe könnte natürlich auch noch sein also bis dahin ist alles gut jetzt schon mal weg geholt und auch aufgestellt so jetzt haben wir da in der hütte auch ein bisschen dicht bis auf diese ecke da aber okay ja wir könnten das dann auch da so machen dass wir da an locken machen und noch mal ein weiter rüber stellen ist ja vielleicht auch nicht verkehrt dann ist die hütte voll ausgeleuchtet so was macht das dach wechsel und gedeiht wir können haben wir schon ein fenster ausgewählt sehe ich ist ein blauer rahmen so jetzt müssen wir mal gucken haben wir gar keinen bergbau arbeiter mehr oder nur ein einzigen der ist total beschäftigt überall auch so werden jetzt mal hier was da musste sag schon 80 sein ist es sollten welche kommen und das sind dann definitiv die drei bergbau arbeiter so das sieht doch schon mal ganz gut aus der ist viel zu hoch dann oder wie sehe ich das oder täuscht jetzt hier ne täuscht nicht 123 und der ist auch drei das ist schon zwei das ist drei und dann brauchen wir hier vier ne das ist jetzt hier schwierig oder ist da so dass die erste runde das ist die zweite runde und das die dritte runde ich glaube ich borde mal schnell eine tür rein damit besser erkennen kann wo waren türen waren tischen so das sollte werden nein das ist auch drei das täuscht nur so aber die drei passt nicht mit der drei übereinander dann optische täuschung oder ich weiß schon wieso da alles klar keine optische täuschung ist wirklich nur drei und dahinter fehlt die auch noch da müsste jetzt hier einer das mal weg graben aber jetzt dinge gab nein wir haben schon 81 könnte es sein dass wir keine betten haben könnte das sein 6 12 18 24 29 30 einmal 20 33 35 aber nicht weiter reden die fünf sind gekommen fünf sogar werden 73 3 er passt schon ich hoffe die holen sich das an der richtigen stelle weg aber hier noch was drinnen liegen nicht wirklich oder war das hier wo der letzte mal kam mir das war da da gibt es tatsächlich noch schuhe und hosen ich hoffe die holen sich nicht wieder das entfernteste zuerst aber so wie es aussieht da ist so eine person die läuft gleich im keller naja dann ist das so aber ohne kerze unlock super und deko kerze kerze kommt die dahin nimmt einer darauf weg ja so was da unten hinkommt weiß ich noch nicht aber ich gehe fast von aus dass es dann auch eine kerze wird mal schauen also hier müssen wir definitiv ein bisschen geländer abtragen 76 passt noch mal ok helm helm ein bisschen verteidigung ist also da und der dritte die sollten sich vielleicht als erstes eine waffe holen so mit großen händen und keiner rüstung kämpfen ist natürlich auch das schlimmste okay geschützt sind sie alle irgendwie die dritte person hat er die erste person hat hier schon eine buchse an voll den frosch im hals so fenster ist auch schon da super dann definitiv da einer hin und so zu und da können wir auch machen dieses würde auch gehen oder aber er doch geht bis dahin funktioniert gut 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 Rename, machen wir Truppe, das ist das Süd-West-Tor, ein Leerzeichen hat er nicht gemacht oder doch? Kann ich auch zurück, nur so, Bindestrich macht er nicht, alles klar, okay, Süd-West-Tor ist klar, Petrol Group, Boss-Around-Group, okay, Auto-Equipped-All-Group, Disband-Group, okay, Auto-Equipped, Boss-Around-Group, Group, keine Ahnung, was das ist, Petrol Group, so und dann, wenn ich Petrol Group habe, müsste ich aber auch noch sagen, wohin er dann, oder? Aber da müssen vielleicht welche erst rein in die Gruppe, 56 haben wir da, ein Jingle war da, da muss ein Held gekommen sein, oder? So, die drei sind schon mal fit, die haben auch schon Waffen, die haben alles, ein Job Group heißt, Bergmann, und noch ein Bergmann, dann haben wir drei, ja komm, ich hab gesagt, ich mach die Bergmann, dann mach ich die zu Bergmann, so, und die nächsten, die dann kommen werden, machen wir dann zu Soldaten, 5 bis 10 hat Michael Friedrich gesagt, dann wollen wir das auch in Angriff nehmen, ne? So, das ist schon schön, ich geh von aus, dass das noch Kerzen sind, aber lasst die ruhig machen, dann können wir hier noch eine hinstellen, obwohl, da kommt ein Stein in diese Richtung, ne, die gehen da nur hoch, okay, wird, die Tür wäre noch ganz schön fertig zu kriegen, aber dann haben wir kein Holz, oder wie sehe ich das, doch, da liegt auch was, also, das können sie auch tun, wie sieht es hier oben eigentlich aus, sind wir da eigentlich komplett fertig, nein, überhaupt noch nicht, hm, so, da muss ich mal Holzwand bauen, ne? Zack, läuft. Okay, das hat geklappt, wieder zurück, auf die Steinwand, so, das machen wir schon richtig, das geht dann auch, ja, ach so, da können wir ja dann definitiv hier zubauen, ne? und hier fehlen die blauen Markierungen, deswegen kommt auch nichts hin, gut, hier vorne die Ecke müssen wir auch noch zu kriegen, kriegen wir aber bestimmt auch hin, so, das läuft erstmal, aber hier, das muss nur ausgrabungsmäßig was gemacht werden, hm, gefällt mir nicht. das weg, das auch weg, das auch weg, und das auch weg, und das auch weg, so, wenn man hier natürlich alles weg macht, ne, dann können die zwei Stufen ja nicht runter gehen, na, lassen wir erstmal so, wo irgendwo wird Holz gefällt, natürlich für die falsche Baustelle, nämlich da hinten jetzt, naja, ist egal, läuft halt. Kann man in Zoo Barracks auch Dingens reinbauen, sag schon. Betten? Ich glaube ja, ne, die können da auch schlafen, oder? Äh, Tische? Bett. Ja, kann man. Dann machen wir das doch, oder? Drei Betten da rein. Zweite kommt auch schon, so, dann machen wir noch ein, sechs Stück da hin, ne? So, passt. Ich weiß nicht, ob wir sogar sechs haben. Oh, einer kommt noch. Ne, ich glaube, eins muss da noch produziert werden, aber ist alles gut, läuft. Gut. So, das ist eine Kaserne für sechs. Das sollte auch ungefähr dann reichen, ne? Gut, zwei Barracks, weiß ich jetzt immer noch, naja. Hat das Unbenennen nicht geklappt, oder? Ach so, ne, ich hab ne Gruppe gemacht, die so heißt, okay. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob man das hier ändern kann. Und Schrank. Da einer hin. Da einer hin. Ist zwar eng in dem Laden, aber ist halt so. Wird schon werden. So, das sieht schon gar nicht schlecht aus. Die Löcher in der Wand werden noch nicht gestopft. Das Spiel ist nicht in Pause. Läuft alles noch. Wunderbar. Das kriegen wir hin. Jetzt wäre es schön, wenn das hier weggemacht wird. Aber, naja, die holen jetzt auch noch Steine die ganze Zeit aus dem Keller, wie man sieht. Das ist Prior 1. Bis die Lager voll sind, oder wie? Jetzt kann ich doch gar nicht sehen. Noch zwei Steine, vielleicht machen sie doch auch was anderes, ne? Holz wird gefällt, die Reihe hier oben wird gebaut. Ja, ist auch schon fast fertig, ne? Oder wie sehe ich das? Ne, da sind wir gar nicht richtig. Hier sind wir richtig. Da sind sie aber gut zu Gange. Gut. Wie sieht es überhaupt mit Essen mal so aus? Oh, 11 Rote, das läuft. 10 Äpfel. 12 oder 13, das läuft in Richtung Essen. Dafür läuft es hier nicht. Wird nicht abgebaut. Ah, da schau her. Es hat mir neue Kerze gegeben. Unlock. Depot. Kerze. Warte mal, 1, 2. Und da muss sie hin. Gut, und dann können wir da auch einen Stein reinsetzen, dass die Mauer zu wird, ne? Gut, läuft. Dann kommt da gleich auch noch eine Kerze hin. Aber ich hätte das anlocken weglassen sollen, äh, anlocken, und dann wären die da vielleicht hingebaut worden und dann erst da reinstellen, na, als es so egal. Gut. Okay, jetzt hat er irgendwo da einen Stein weggeholt, oder wie habe ich das verstanden? Vielleicht war da einer runtergefallen, das könnte auch sein. Aber ich wüsste jetzt nicht so direkt wo. Da sind nur noch zwei Reihen, das heißt, die... Ne, es sind drei Reihen, okay. Müssten zugehen. Okay, und... Die Reihe müsste eigentlich auch funktionieren. Gut. Sechs Leute sind da drinnen. Die können alle was tun. Und ich würde sagen, für diese Runde soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Einer gestorben und die müssen dann noch rein. Okay. Ciao.